Heimspiel gibt, finde ich, immer Motivationsvorteile in den anderen Teams. Eindeutig. Also, wer das negiert, weiß ich nicht. Der hat den Spirit nicht. Hauptsache, die Stimmung ist gut und in allem macht es Spaß. Es ist schon motivierend, wenn man denkt, es geht schon voran und man fährt nicht immer nur hinterher. Mit all diesen Supercracks und wir beide betrachten das ja schon sehr als amateurhaft mit Spaß dabei. Aber es gibt ja einige, die sich schon da unheimlich reinfuchsen. Aber ich wollte gerade sagen, da haben wir auch eine Menge dazugelernt und haben uns auch reingefuchst. So ist es ja nicht. Wir sind eher ein bescheidenes Team, möchte man meinen. Aber haben viel Spaß damit. Es basiert eigentlich letztlich auf unserer Freundschaft. Eindeutig. Ich glaube, die hält das auch immer noch zusammen. Ja, absolut. Und dann kam da so ein Thomas Vogt, der uns überzeugt hat und hat gesagt, ihr seid doch beide irgendwie Motorsport verankert und im Automobil. Und habt ihr nicht Lust, dann könnt ihr euch nicht vorstellen. Prototyp Museum und Shell und ihr beide persönlich und fahrt doch mal mit. Und dann haben wir irgendwie ziemlich naiv angefangen und haben mal gesehen. Machen wir mal. Machen wir mal. Und sind irgendwie ziemlich hinterher gefahren, bis wir uns mal ein bisschen dann schlau gemacht haben und ein bisschen Assistenz bekommen haben. Und jetzt haben wir ein tolles Team und jeder von uns hat einen Partner. Und deshalb gibt es das Prototyp Shell Team mit zwei Teampartnern und Shell Prototyp auch mit zwei. Ja. Und insofern ist es hier ein doppelt starker Aufschlag. Genau. Ich sag mal, ich habe ja hier mit meinem Team-Mate sozusagen also den Vollprofi an meiner Seite. Ja, das bestärkt mich natürlich auch. Also ich bin eher der emotionale Faktor hier. Versuche auch durch gutes Fahren zu überzeugen. Aber ich sag mal, die Motorsport-Erfahrung, die bringt natürlich Wolfgang mit. Ist ganz klar. Dafür bin ich erstens zu jung und zweitens auch noch nie so aktiv gewesen wie Wolfgang. Aber ich finde, viel Leidenschaft und Begeisterung für ein Thema reichen manchmal schon. Auch ich finde so, die Erlebnisse beim 24-Stunden-Rennen, die, finde ich, machen immer am meisten Spaß ehrlich gesagt. Und da haben wir ja einmal das große Glück gehabt, auch das wirklich gewinnen zu dürfen. Weil da gehört ja so viel wie nicht nur Können, sondern auch irgendwie nur das Quäntchen Glück dazu. Und in der Nacht oder in den 24-Stunden, 20 Stunden, passte irgendwie alles für uns. Also ein ruhiges Händchen, Motivation, Freude am Fahren, Team hat gepasst und irgendwie auch Glück gehabt. Und insofern, das war schon außerüber nicht toll. Also das ist sicherlich gute Vorbereitung der Autos, motivierte Fahrer, sich die Strecke vorher anzuschauen und zu verstehen, wo sind dann die Tricky Bits. Und das Spannende für mich, wenn man großen Motorsport fährt, ist schon, wenn man am Überholen ist oder übergeholt wird, das Risiko besteht. Und man ein Auge für vorne hat und ein Auge für hinten. Und hier ist es ähnlich, dass viele von uns, auch wir beide, es lernen müssen, wenn von hinten ein schnellerer Fahrer kommt. Und wie schnell fahre ich, wann fahre ich, wie taktisch, lasse ich ihn beim 24-Stunden-Rennen lieber überholen. Ohne die Chance zu haben, zum Beispiel eine Rempelei zu haben und selber das Risiko zu haben, rauszufallen. Also ich glaube, das ist schon Stress pur, wie im großen Motorsport genau das Gleiche. Verlangt Selbstdisziplin. Eindeutig. Hat aber den großen Vorteil, wenn man hier rausfliegt, tut es einem nicht weh und ist nicht ganz so teuer. Also von daher ist, glaube ich, die Hemmschwelle doch ein bisschen kleiner als im großen Motorsport, wo es dann manchmal schon nicht gut ausgeht. Obgleich mir tut das schon weh, wenn das Auto richtig raus scheppert hier, muss ich sagen. Also, weil ich weiß ja, wie viel Mühe und Leidenschaft auch in so einer Karosserie drinsteckt, in der Lackierung, in all diesen Details. Es ist ja so detailverlebt ohne Ende so ein kleines Auto. Und zwar bestenfalls ganz, ganz dicht an die Realität dran kommt. Und wenn ich dann eine Schramme reinfahre, das ist dann immer so, dann tut es mir ein bisschen leid irgendwie für alle irgendwie. Aber natürlich ist es nicht so, Motorsport is dangerous, war früher schon die Ansage. Und das ist es hier nicht. Motorsport is fun. Motorsport. 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 Motorsport.